Und das sind die Rechtschreibfehler. Ich habe das Spiel heute im Mediamarkt gesehen, Altertbeschränkung 16, kommt mir aber wie ein Spohl ab 12 vor. Hallo Yoshi-Liker. Ausgesicht. Voll der unfreundliche Affe, der weiß jetzt auch wie das mache, Klugscheißer. Das Video war wie immer Tool. Ihr seid so schlecht, man braucht Goldbarren für goldene Äpfel. Ihr seid trotzdem die besten Minecrafter ever. Also ich werde lieber mit Unterwäsche gegangen, anstatt nagt in die Stadt zu flitzen. Wenn du mit dem Feuerlöscher auf dieses Monstrum spürst, dann ist er für ein paar Sekunden blind. Yeah! Vollgas 1! Ich hasse diese Viecher. Besonders die Rundmaulviecher. Die mag ich besonders nicht. Mit dem Feuerlöscher kannst du das Monstrum vertreiben oder betreiben, Gronk. Musst du mal ausprobieren. Eins von beiden ist es. Ist es jetzt! Mund auf und iss! Wenn du es gespeichert hast, kannst du es zurückholen. Tobi, das Auto gehört dir als Geschenk. Du hast es gefunden, aber sichere dir eine Garage für Trevor, Michael und Franklin. Naja, Tobi, nach der von First Person. Wärst du in Third Person gewesen, dann hättest du das Auto noch. Lade da doch einfach den letzten Ladepunkt. Ich wünsche mal wieder ein krasses Team, was gut überlegt ist und auch was kostet und nicht so ein unkreatives Team. Ich fasse Tofu, es gibt keinen größten Dreck als Tofu. Das waren die 42 Rechtschreib-Hailer. Vielen Dank für eure Einsendung, wenn ihr immer was einsenden wollt. Hier unten steht der Link für das Formular, wo ihr mir eure lustigen Failure einsenden könnt. Hier stehen, hier glaube ich, Facebook und Twitter. Und ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Rechtschreib-Failern oder in einem Let's Play, wo ihr auch gerne mal reinschauen dürft. Macht's gut, tschüsschen!